Die Leute, die im Kraft sind, dieser Krieg, und übergebe das Wort an meine Frau, die Linda May. Macht das nicht! Und bitte geht an eure Mitwirken, schützen, die Kinder werden zu zahlen, die Ukrainer, was tun die gerade eben? Habt ihr viele von uns gesehen hier? Nicht nur, dass sie die Ukrainer sehen, wir sind nicht allein, sonst dreht bitte dieses Gas ab! Es ist warm da draußen, der liebe Gott ist auf unserer Seite! Wir haben 135 Teddybären auf dem Platz und die sind symbolisch für jede einzelne getötete Stimme. Die Linie in den Zimmer